Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Johannes Scherer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Leichtathletik-Gag. Was denn genau, einen Running-Gag? Hab ich nicht gefragt. Laufen ist ja meine Lieblingsdisziplin. Ich gucke sogar laufend Fernsehen. Okay, ich habe aber auch noch einen, pass mal auf. Gibt es nach der WM eigentlich Sperrmüll? Weil ja da so viele Sperre übrig sind. Ja, kurz und knackig. Aber ich habe auch noch so einen kurzen, Achtung. Mein persönlicher Rekord im 100-Meter-Lauf ist ja 75 Meter. Verstehst du? Wow, der ist es. Den nehmen wir. Ja, reicht auch. Ist bald Wochenende. Komm, hochschicken. Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.